Erz TV nimmt Sie mit auf eine 100-Hunde-Runde. Station 30 ist in Breitenbrunnen. Auf der Staatsstraße 272, die von Schwarzenberg nach Johanngeolkenstadt und somit an die deutsch-tschechische Grenze führt, kann der aufmerksame Reisende auch einen bergmännischen Hund am Straßenrand entdecken. Der wirbt für das Besucherbergwerk St. Christoph. Bevor man sich dorthin begibt, Infos zu den Führungen finden Sie im Internet unter besucherbergwerk-sankt-christoph.de.